Hallo und Willkommen bei Cook & Bake bei Jukka. Heute bereiten wir eine Spätzlepfanne mit Hackfleisch zu. Zum Start putzen wir die Möhren, halbieren diese quer und längs und schneiden diese dann weiter in kleine Stücke. Anschließend kommt die Zwiebel dran, welche wir in kleine Würfel schneiden. Die Möhrenstücke werden dann ca. 8-10 Minuten in kochendem Salzwasser gegart. Nun geben wir Öl in einen Topf oder große Pfanne und dünsten die Zwiebeln an. Parallel die Spätzle nach Packungsanleitung in Salzwasser kochen. Das Hackfleisch wird jetzt zu den Zwiebeln gegeben und heiß angebraten. Rührt nun die Tomatenstücke und den Majoran unter das Hackfleisch und die Zwiebeln. Mit Salz und Pfeffer gut abschmecken und weiter verrühren. Jetzt geht alles ganz schnell. Gebt die Spätzle zum Hack, kurz umrühren und dann die Möhren einrühren. Zeit zu genießen. Zeit zu genießen. Zeit zu genießen. Bis zum nächsten Mal.